Ah, naja, ok. Ah, naja, 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 naja. Ah, naja, 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 naja. Ah, naja, 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 naja. Ah, naja, 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 naja. Kraulen, kratzen Kraulen Ich kraule meinen Hund, aber nicht mich selber So Weiter geht's Ach, ich wollte eigentlich beim Leben Ach, Mensch Ich weiß nicht warum, aber ich hasse diese Gegner Wie gesagt, schon alleine die Fußpflege Wir haben ja einen tollen Schatten, haben wir Glocke Ich kenne sie Was machst du jetzt hier Du machst meinen Tanz kaputt Duh-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum. Ich sehe mir das gerade so vor, wenn man nur so den Schatten sehen würde. Dann läuft er wieder zurück. Wäre doch irgendwie witzig, das wäre freaky, das wäre toll. Super wäre das. Ich dachte gerade, das wäre ein Gegner, aber okay. Boah! Alter, komm runter! Ja, ich habe diesen Weg schon vorher gesehen. Hm? Und wo kommt er denn jetzt? Hallo. Oh. Voll super, Saiyajin. Gut, ich würde nur sagen, wir aktivieren mal die Taschen. Ah, Fehl. Hust, hust. Direkt schon mal was gemacht. Mir ist nämlich aufgefallen, dass es etwas dunkel ist. Jetzt ist natürlich diese Aufnahme auch noch zu dunkel. Oh, jetzt ist es bei mir zu hell. Also mal, hier muss ich ein bisschen wieder runter machen. Upsala. Tut mir leid. Tut mir leid, dass das jetzt auch gerade wieder mal alles hier in der Aufnahme ist, aber okay. So, so muss es gehen. Also, heller möchte ich jetzt auch ganz ehrlich wirklich nicht mehr stellen, äh, aber ich persönlich habe es als etwas zu dunkel empfunden. Äh, wisst ihr, was ich an diesen Gegnern hasse? Also, sie geben keine Muni. Das hasse ich wirklich. So, Gegner, die keine Munition geben. Wow. Fällt mir jetzt jetzt wieder ein. Nein, ich würde sagen, wir gehen lieber rüber, bevor wir das hier sprengen. Das sieht nämlich irgendwie so ein bisschen so aus, als würde danach hier die... Oh, kein Schaden. Na, okay. Da setzen wir mal einen Schuss. Hm. Naja, gut. Ich habe jetzt eigentlich damit gerechnet, dass dann eventuell die gesamte, äh, Bude hier in die Luft fliegt. Aber... Ah. Ja, äh, Freundchen. Gehst du mal weg? Das ist ja wenigstens futsch. Der währt hierher. Hatte ich das gerade eigentlich in Zeitlupe? Warum? So ein halbes Quicktime-Event. Ist das ja. Gut. Kampftest. So ist das also. Mhm. Very interesting. Hört doch mal auf. Gut. So. Äh, hier liegt nur noch eine Pumpe. Aber hier haben wir voll. Ja, super. Super tolle Waffe hier in dieser Situation. Äh, so. Ich muss langsam aber sicher so leicht niesen. Oh, ich nehme schon wieder knapp eine Stücke auf. Ist ja unbelieblich, ist das. Drücken, schließen, schließen, drücken. Gut. Ähm. Oh, man ist dieses Ding laut. Oh, man ist dieses Ding laut. Oh, hier. Oh.